und wir heute gibt es nur ein bisschen um transfers das wollen wir zum nächsten spiel kommen ich glaube der nächste gegner ist sagt pauli wenn ich es richtig im kopf aber das ist jetzt gerade eher unwichtig beide spiele wieder ausprobieren wir haben wieder eine alternative wir haben wieder alternativen liebe leute es geht sowieso gleich in die periode sind noch nicht drin wir sind offiziell noch eine ende dezember 29 30 31 happy new year und dann geht es rüber den ersten und dann hätten wir glaubt sich jetzt schon ja ja noch 24 ich habe eine nachricht bekommen bekommen wir haben alle spiele gewonnen die frage kann ich den verlängern ich muss ja wieso geld machen jetzt gerade so ein bisschen deswegen werde ich hinterher alle spieler auf die leute zu sagen ich muss ja wieso geld machen jetzt gerade so ein bisschen wir brauchen halt jetzt möglichkeit immer noch jetzt kohle wir müssen immer wieder ja du bist ja spieler normalerweise kollege aber gut da geht doch ich habe alternativ ich habe erwartet habe ich habe ja auch noch drehen aber für die position ist ja nicht zu sehr wäre jetzt tragisch jetzt auch hier das geld will ich mir gucken ist mir das stürmerleien brauchen wir machen mal eine millionen rauskommt Ja, das geht doch. Also, so ist es auch mal ein guter Folge, das kann man ja nicht geben. 855.000 kriegt Tabelabt. Ja, ja. Ich mach das jetzt einfach so. Um halt die Möglichkeit, dem zuzumachen, um halt den ein oder anderen Prozern zu machen. Das ist wirklich super. So, haben wir den hier noch. Blaute, der steht. Ich bin jetzt hergefunden für Kirche. Was haben wir denn? Ja, ein bisschen wenig, ne? Ich will jetzt das 800-900-Liga sehen. Wir gehen mal in die Warnung. Ach, du hast deine Warnungspieler schon gesehen, aber wieso? So, ne? Ja, jetzt haben wir den. Komm, ne? Komm, ne? Ich dachte, den verhandelt es ein bisschen. Ich wollte es schon nicht, den verhandelt es schon nicht. Wie gesagt, dann nö. Ich hätte wohl 800.000 bieten können. Oh, der war ja gut, das ist der Teil, ne? Der hat jetzt den Grupppalast wird leider. Sagt er wieder den letzten anderthalb Jahre, in der zweiten Liga nicht mehr so finde ich die Rolle gewinnt. Deswegen gibt es der Wechsel. Gucken wir es mal kriegen. Eine A, wer hat so umkriegt? Ach, der hat 70.000 habe ich jetzt rausgeballert. Aus Koboldschwein. Ne, ich werde doch was mehr holen können. Also wir wollten halt nicht. Ich habe gesagt, komm, geh auf der Hälfte. Die wollte ich haben, die Kohle. Aber Gott, für das Geld werde ich noch mal, wenn die selber noch mal ein Verzehrmaktiv werden. Und deswegen, ich weiß, dass noch zwei Spiele, die Dings auslaufen. Ist aber nicht tragisch. Deswegen gehe ich runter in den Jugendschlafen. Ich werde das tatsächlich nicht viel kaufen. Ich werde nicht viel kaufen. Guck mal, ich habe doch irgendwann eine Möglichkeit, mich zu holen. Schauen wir mal, ich kann ja die Scouts Geld noch mal rausschicken. So, was machen wir denn hier? Ich brauche einen Quiz doch vorne drin. Stürmer. Die haben wir gar nicht auf der Wand, ne? Wer jetzt gewechselt ist auf Fatherborn. Da ist noch einer. Der hat den Potenzial von 40 zu 80. Aber der kann ich zu jung noch, ne? Ja, ich würde auch leider noch mal warten. Wir werden mal schauen, ob die anderen so sagen. Ich werde jetzt tatsächlich ein Scout erstmal. Vielleicht habt ihr das. Da sind keine Leute für heute. Alle Leute für heute erst. Okay, alles klar. Die sind auch alle unterwegs. So, was wir aus der Schweiz passiert haben. So, was wir aus der Schweiz brauchen? Oh Gott, alle spinnen hier. Peter, ne? Aber du hast mir 76 bis 50 verwertet. Ja, das ist Peter auch. Der hat aber 50 erst mehr. Das Problem, wenn die alle noch zu jung sind. 16. Da wäre vor vorne einer drin. So, wir werden die verpflichten. Wir werden die hochziehen. So. Guck mal, was wir in den Wind vor haben. So ein bisschen. Ich will jetzt erstmal die Leute rausnehmen, die sowieso keine Stammspieler sind. Ich will noch mal nachziehen an Talenten. Ich will nicht auf jeden Fall in der Startrufe fahren. Zum Profibefahren, ja. Die Kiki Fliege zum Profibeförder und Keller. Ebenfalls zum Profibeförder. Gut, damit haben wir zumindest mal drei Jungs wieder hochgezogen, die zur... Wir haben ja wieder ein bisschen Geld in der Tasche. Das ist das Gute. Ähm... Wenn wir sehen, ich kann auch noch mal ein bisschen... ...ein der Tasche. Dann haben wir das Gute. Dann haben wir das Gute. Das ist die Gute. Dann haben wir das Gute. Dann gehen wir das Gute. Jetzt kommt die Schicht. Da steht noch die Bärkette. Jetzt wird er wieder. Okay. Einer ist noch nicht so, wo er es nachgeht. Das ist die Bärkette. Und die Bärkette. Und dann kommt die Bärkette. Ich habe einen offensiver Krieg, ja. So, heute gibt es nur drei, das ist das Vers. So, gut, dann haben wir das soweit. Aktueller Kader, 25 Spieler. Ich habe ja noch zwei andere, dann sind wir wieder bei 22. Ich versuche, halbgewinnen zu müssen, Spieler zu kriegen. Warte mal, wir gehen mal kurz auf Simulation, stopp. Wenn der Radio der Nachricht reingekommen ist. Leihangebot für Schumacher für Radio Warkado. Leihgeschäft mit Kaufoptionen. Verhandeln wir. Ich will keine Leih, ich will... Mal gucken, ob man kriegt eine Kaufoption. Der hat nicht so wirklich, was ich gerne hätte. Äh, akzeptieren wir mal. Äh, akzeptieren? Äh, die Gegner. Ich will nicht, so wenig wie möglich. Äh, die Gegner. Ich will nicht, so wenig wie möglich. Nein, wir gehen in den Kanal. Hohe, das war nicht. Tue, bis jetzt ist die alte Flüge, das ist jetzt gerade nicht so gut. Leider wird jusqu'n 1 Jahr. Fangen wir mal zwei Millionen dran? zwei jahre ja wartet hat die folge dass ich auch vor dass man leicht spieler er verlässt es nach einem halben jahr wieder aber das angebot war zu verlocken kann man das funktioniert geht auch für zwei millionen drüber ich habe spare sein gehalt ich habe jetzt ein bisschen was ausgegeben wird für das geld könnte man theoretisch verpflichten die frage ist ich sehe jetzt gerade so ein bisschen möglichkeiten ja liebe leute wir machen noch ein bisschen was da ich werde mir noch mal schauen was ich mit einer defensiven holen ähm ich habe ja kurz einen kleinen folgenbreak gemacht deswegen also kein folgenbreak sondern nur einfach mal kurz ich gucke jetzt gerade mal ob wir noch von zwerf machen ich würde gerne noch einen defensiven verpflichten ich habe jetzt zwei kandidaten ins Auge gefasst ob ich die hinkriege weiß ich noch nicht so der eine wäre Memo Chan Aydin der kommt die ist eine andere Sache kommt mit der schalte habe ich einen verpflichten bekommen weiß ich noch nicht ähm wir gucken ach wir können wir können ihn schon noch verpflichten aber wie dachte ich wieviel er Kosten überbringen würde wir haben ein bisschen von 600 doch was tausend der andere wäre mit Hakan Schalanolo eben äh nicht Hakan ähm und Kerim Schalanolo so rum ist es richtig aber die frage ist wird es denn für die Summe kommen ja das war mir klar das ich kann leider auch jetzt so jung noch um zu sagen ja wir können ihn tatsächlich per Vorvertrag holen aber leider noch nicht die frage ist wie lange gibt es dein Vertrag hier kann ich ihn per kann ich ihn per Dings holen schon ist der Apfelbefrei außerhalb ja wird sich kommen oder das war mir klar naja wird es gut aber irgendwo ein Spieler wissen warum der Vertrag läuft aus leider kann ich nicht auf die Links gucken sonst werde ich auf die Links gucken auf die Vertragsfahre. So, leider ist man jetzt nicht. Die will müssen ja mindestens 23 sein. Und ich hab auch hier nicht... Ja, 2,9 Millionen. Nee, nee, das wird zu teuer. Nee, nee. Na ja, jetzt hab ich früh alles. Äh, ich kann ja gleich einen Scout-Shipen. So. Hier sind alle noch zu jung. Das ist ein Problem. Na gut, dann gucken wir mal aus. Haller Wohle, der für die linke Seite kommen würde. Ich hab noch eine andere Alternative gerade. Ähm... Guck mal mal. Ich bin ganz drauf. Ist 21 Jahre jung. Komm mal. Na, wenn ich komm. Gut. Andere Alternative habe ich noch einen. Ich hab noch einen im Kopf, den ich vielleicht auch verpflichten könnte. Der für die... Nämlich Warnisek von... Herr Warnisek von... Herr Warnisek von... Herr Karlsruhe. Der... spielt... Wo der waschen... 30... Vertragsfahre aus. Kann ich auch versuchen, um das Vertrag zu kaufen. Mach mal. Mach mal. Versuch mal. Wir kontaktieren. Wir kontaktieren. Also ich kann es einfach mal versuchen, dass ich nicht aussteigen kann. Zumindest bei der... In diesem Thema. Äh... wichtig. Akzeptieren. Okay. Will auch nicht. Du bist auch schon 30. Das geht auf zwei Jahre nur. Beigabe. So brauchen wir auch nicht. Du hast einen Transfer. Dann hab ich ja mehr Kohle zumindest. Ich hab ja Kohle zumindest. Daher. Und da hab ich ja. Das ist ja. und damit haben wir den ersten bundesliga neu zu gang also vielleicht wahrscheinlich wo sie genau sind siebziger da bleibt doch der kommt noch nicht so danach zu uns aber ja ich gucke die wm die frage die neue saison verträge fertig der kohle ja gehen wird ja noch zwei kommt zur neuen saison der heutige nationaltor spielte nächste sorge bei oder würde ich zusammen in der 6 von ein profit von zehn millionen machen wir haben zumindest zwei stammspieler noch zwei politische stammspieler für die neue saison verpflichtet die zu uns wechseln sehr gut ist ein 70er keeper so dann gucken wir mal aber jetzt noch was aber dann sieht das finanziell aus sieht das wieder so dumm aus das war gerade gar nichts geld an ich gucke karte karte wir haben total ein budget von 345.000 das ding ist nur für die neue saison jetzt gerade die beiden verzweifelt wir haben noch ein bisschen geld in der hand so die idee war täucher zu kaufen bitte täuchert fragt es wird ja auch vielleicht gehen heute fragt es kriechen geliehen zumindest ein ja das war jetzt ein bisschen blöder das ist schade aber nicht gar keine idee gewesen so was könnte man noch spontan keinen kann auf dem schirm ich habe ein paar Ideen ja wie gesagt noch mal ich verfolge die WM ich gucke jetzt gerade tatsächlich im Kader von Marokko ob da noch etwas aber aber ich habe keine Frage ich habe keine Frage ich habe keine Frage Die Frage ist, darf der Vertrag noch lange haben, der Vertrag von ihm noch? Hat jetzt gewiss er etwas, der läuft noch zu lange, der Vertrag läuft zu gering. Ich bin nur ein bisschen auf die Idee gerade. Das ist die Keier wahrscheinlich, ne? Ja, ich bin mal wieder an, dass es nicht passiert, dass der zu uns weg ist. Das war mir klar, dass der nicht weg ist. Das sind einfach noch mal Ideen. Das sind alle Spieler, die nicht eilig sind. Das sind leider alles noch, die sind alles noch, die sind alles noch. Ja, ich glaube nicht, dass der kommen wird. Ich glaube nicht, dass der kommen wird. So. Gut. Äh, jetzt haben wir nur angeboten, 300 Franken. Das wird aber nicht passieren. Ich würde jetzt gleich aufstehen und sagen, dass ich vergesse es. Und dann haben wir jetzt gerade Zeit, aber die uns vertschärt erstmal nur für die Neue, die wir gerade machen. Das ist wahrscheinlich nicht, äh, wahrscheinlich nicht kommen. Ähm. Ja, ja, als jetzt zitieren. Das ist klar, das ist ja 34. Ja, das war mir die Idee. Ähm, ne, übergehen wir. da kommt kakuta lua wechselt zu uns an den freien spielern kann man zumindest mal die idee kann das sind schon so aus also ich will nicht nur mit leicht aber vielleicht ist das auch noch zum beispiel der mal irgendwann einsteht wir haben jetzt nur zwei viele tatsächlich verpflichtet die ablösung und jetzt haben wir tatsächlich den zweiten freie spieler gegönnt und haben halt kaum geld ausgegeben wir haben immer noch diese 300.000 aber die zwei kommen auf jeden fall ablöser frei da ja da werden spieler der weise nicht kommen einfach nur mal so alles ist gut so guck mal was die tabelle so sagt ob wir da den ein oder anderen vielleicht nochmal verpflichten könnten von irgendeinem Team aus der Konkurrenz der uns ganz ein bisschen geärgert hat wie gesagt wir sind uns dann bei 5 Punkten durchlaufen es geht demnächst nicht viel schon wieder gegen einen Pauli weiter aber nicht in der nächsten Folge keine Sorge es gibt einen wir haben mich ein bisschen geärgert hatte ich guck mal ob ich praktisch hier kriegen kann der wird wahrscheinlich nicht kommen der hat er uns gemacht hat der wird nicht kommen der kann ich aber auch vom Kader zusammen der wird nicht mit 300.000 kommen da kommt nur der ja toll wenn nicht dann und dann muss ich das nicht mehr so rum dann muss ich das nicht mehr so rum das ist das was wir haben das wir haben die reiten Zeitverschwendung ja lass mich in Ruhe da ist ok alles ist gut ich war einfach nur meine Idee der hat mich geärgert also gar nicht mehr schließen nein alles ist gut das wird jetzt nicht weiter passieren ich kann ja da nicht mehr ich kann ja nicht mehr zurück nach Spielern die jetzt vor der Vertragskonferenz ich kann doch den ein oder anderen versuchen für die neue Saison zur Verpflicht gut dann würde ich sagen machen wir euch für eine Anscheinung wir sehen wir sehen das war wahrscheinlich der nächste Folge jetzt wieder der gute Lua der Arsch ja ok so gut dann hätten wir zumindest ein zweites Sturm auf der Wand wieder mal sein wir sehen das in der nächsten Folge liebe Leute dann gehts weiter mit dem Duell gegen Pauli ein paar andere vielleicht im einen oder anderen mal dabei aber wir machen wir uns bis es rüber geht vielleicht passiert jetzt gerade noch was ja das passiert morgala 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 definitiv die werde ich nicht abgeben der bleibt muss er alle sagen die bieten mir hier 10 Millionen oder so dann würde ich sagen komm ja geh äh nein 850 komm 850 komm 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 geh runter nicht ich bitte nicht ich habe gesagt hier 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 blackpool rosen rosen so 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 als wir ein prozent ich gebe 800 da bin ich aber da ein bisschen mehr geld und diese gegenangebot weiter verkaufsgebühr ich habe euch doch das wird hingelegt aber gut wenn man nicht wollte dann hab ich mein problem so dann jetzt hier so vorliegt hier und dann geht's da Kater gegen Irgendwas passiert jetzt kommt scheiß drauf gut Trainerischen rein Aufgabe für die ja hier ist ein Toffspieler äh ich muss leider viele Aspekte berücksichtigen gut, nächste Partie ist dann in St. Pauli das sehen wir uns am Morgen an und ich freu mich über den Anschauen hier bei FIFA, bis dann, ciao